so leute hier sind wir wieder auf der global version ja wie gesagt wir haben wir auch einen neuen banner ich will hier Summonen allerdings werde ich hier nicht wirklich viel Summonen denn ich will natürlich auch mehr oder weniger will ich euch den account auch wieder schenken und diesmal aber auch mit ein paar Stones das heißt also ich werde hier in diesem banner werde ich hier 1000 Stones reinkloppen das heißt also von 2.200 auf 1.200 und ja wie gesagt diesen account könnt ihr natürlich dann gewinnen mit den Super Dragon Ball Heroes Charakteren und ja was wir dafür machen müsst ist A ihr müsst in diesem Fall gibt es auf jeden Fall vier Sachen die ihr beachten müsst also ich werde dafür keine Haftung übernehmen oder sowas A ihr müsst auf jeden Fall einen einen Android Account haben also ein Android Handy ein Android Telefon oder ein Android Gerät also es kann nur für Android verwendet werden sonst wenn ihr ein IOS ein iPhone oder sowas habt sind diese ganzen Stones die ich euch überlassen würde also die 1200 sprich wären weg das heißt also achtet darauf dass ihr für diesen Account einen Android Handy ein Android Handy habt so zweitens ihr müsst natürlich Abonnenten meines Kanals sein drittens ihr müsst natürlich das Video hier einen Daumen nach oben geben und das vierte ist ihr schreibt einfach in die Kommentare warum ihr diesen Account unbedingt haben wollt und ja dieses Wort Gewinnspiel muss drin sein und wie gesagt in die Kommentare schreibe ich dann wie lange dieses Gewinnspiel läuft und dann wie gesagt werden wir das als werde ich das verlosen zufällig mit einem Video wo ihr seht dass ich das auch richtig verlost habe und ja wie gesagt wir ziehen jetzt hier 1000 Stones das heißt also wir haben ein paar Versuche 20 sogar und mal sehen was wir so aus diesem Banner ziehen wir können hier nur Super Dragon Ball Heroes Charaktere rausziehen zum Beispiel diesen Super Saiyan 3 Gohan der nicht schlecht ist ich glaube hier gibt es keine LRs ich glaube hier gibt es wirklich nur die Super Saiyan oh wir haben den ersten Zug Cialas gezogen ja das ist der beste aus diesem Banner auf jeden Fall ja wie gesagt deswegen möchte ich auch euch 1200 Stones überlassen aus dem Grund schon weil ja hier gibt es nur Heroes Karten und so viele gibt es hier auch nicht deswegen möchte ich euch wie gesagt gerne diesen Account vermachen und ja ich wünsche schon mal jedem Glück der daran teilnehmen wird so was ziehen wir diesmal schönes ja alles wieder ok und 10er Guru ok wir haben jetzt schon fast alle Karten haben wir schon rausgezogen aber wie gesagt doppelt ist immer besser wenn ihr den Cialas Rainbow und wollt braucht ihr den glaube ich viermal wir haben ihn jetzt erst zweimal und ja ei 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 oh ne nein nein oh ja das ist der großen Saiyaman und der letzte äh äh wieder ein Cialas was die große Saiyaman ist übrigens auch ganz gut wie gesagt wir wollen ja Vegeta ziehen oder Leister oder 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 ja ja das ist halt der beste aus diesem Banner der hat eine richtig gute Fusion und einen drüber dran so Super Saiyan 3 wenn wir hier Super Saiyan 4 bekommen wäre richtig also Super Saiyan God bekommen würden wäre das richtig gut ok 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 gibt es doch diese Super Saiyan 3 Varianten von Goku und Vegeta die gar nicht im Banner aufgelistet wurden ok wusste ich nicht auf jeden Fall äh ich weiß auch noch nicht warum man die nicht awaken kann also wie gesagt Cialas ist wirklich eigentlich der beste aus diesem Banner so so go ten und trunks ok trunks radels starborn Goku ok so 123 das könnte was gutes werden ok wieder Super Saiyajin 3 ok, Vegeta, Gohan, what? das ist der Migra, den habe ich noch gar nicht gesehen und Super Saiyajin 3 Gohan was ist denn das so eine, den habe ich noch gar nicht gesehen sieht echt geil aus also hier gibt es wohl auch Charaktere drinnen, die gar nicht hier aufgelöstet sind also klar ist das ja manchmal immer so, auch versteckte Charaktere sonst gibt es eigentlich nur hier die Saiyajas ok, den Trunks haben wir noch nicht gezogen ich will ja mal kurz gucken, normales Summon ok, wir haben Future Characters ok, wir haben auch ein paar andere, das ist wie wir sehen ok, das wusste ich gar nicht ok, das wusste ich noch gar nicht naja egal mal sehen, was wir hier noch weiteres Ziel also hier sind noch ein paar andere SSS drin und bin hier auf diesem Banner hier wusste ich gar nicht, wusste ich ehrlich nicht wir haben es ha und Super Saiyajin 3 Gohan unser erstes mal in diesem Banner werde ich jetzt mal gespannt auf die vier Charaktere rausziehen drei, also drei bis vier haben wir glaube ich ok, das waren schon mal zwei, nichts das war der dritte in den nichts ok, das ist schon mal gut ok, das ist schon mal gut Super Saiyajin 3 Trunks und nochmal Super Saiyajin 3 Trunks 3 SSS also Super Saiyajin 3 Trunks könntet ihr jetzt glaube ich schon also glaube ich vier Stück reichen könntet ihr jetzt schon rainbowen und der ist echt gut ok, wir fliegen alleine oh rainbow, das könnte wieder mit Glück Rosage in Gott werden mal sehen oh, oh wo ist das? ja sehr schön 18 carbon 10er Goku what? und Darkness ach, Tova ist das ja, stimmt ach kein Idiot was ist das für eine die gibt es ja auch aus Strike Boy Heroes aus dem Spiel, was wir halt auch schon öfters gespielt haben nicht schlecht, nicht schlecht also, schöner Anfang 1 2 ach nur Super Saiyajin 2 schade Krelin oh 10er Vegeta und wieder Super Saiyajin 3 Trunks ich glaube einmal brauchen wir den auch noch da könnt ihr den rainbowen läuft doch also ja wir goten und schauzu du ups ups uc Pan 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 Raditzel und wieder ein zener vegeta schöner vegeta mag den aber wie gesagt wir werden hier noch ein bisschen was ausgeben bis 1200 gehen wir runter clean gohan gleich eine tobe sehr schön zu nur goku zialas zene goku und zener vegeta das war ein richtig guter zug also ja auch das kann öfters so kommen mir aus ok von wach g333 hier nein noch nicht wenig nähe und zu passagen drei gohan schöne k also ich finde sie hier aus karten finde ich geil die sozusagen fan made karten also es gab ja keine passage drei gohan oder sowas oder bin ich echt cool die passagen drei kurin zene goku napa wagner das ok wieder die drei letztes machen wir das passage gott mal sehen was wir da jetzt haben wir gar nichts nicolos san vegeta so passagen drei tranks wieder und so passagen drei gohan immer gespannt ob wir noch was neues ziehen aber wir haben vegeta vielleicht doch jetzt gibt es eine fusion leider nicht war da brah ist ja alles und mein haupt account habe ich den auch gezogen zum glück habe mich gefreut sogar er ist wirklich eine sehr gute juni unit gar nicht mehr reden tschüss ok vegeta die große zyman 3 chen buldo die große zyman 3 und die letzte der große zyman gohan schauzu mail tranks akku oh gott der multi aber zyman vegeta könnt ihr jetzt sozusagen schon fast alle ich glaube sogar weil ich könnte schon gut fahren also außer die die nicht im banner jetzt drinnen stehen sozusagen und ja eigentlich schon fast alle reinbauen wie gesagt das sind unsere letzten drei multis und ja da möchte ich schon mal jeden viel glück der mitmacht und ja schnapp haben wir schon zwei oder sowas hat dann hat man immer so viel glück Die letzten zwei Ziehungen, kriegen wir noch eine Fusion? Ne, leider nicht, alleine zu Passagen 3, Sangya, Tau. Und ein Super Saiyan 13, sieht gut aus, sieht geil aus, aber hatten wir schon, so unsere letzte Ziehung für heute, für diesen Account und wie gesagt, nochmal, wenn ihr mitmachen wollt, A, Video einen Daumen da oben geben, B, Abonnent meines Kanals sein, C, mir in die Kommentare schreiben, warum ihr diesen Account gewinnen wollt, mit natürlich dem Wort Gewinnspiel drin, und nochmal ganz wichtig, dieser Account ist nur für Android Geräte gedacht, ansonsten werden wir auf iOS rüber, gut, dann habt ihr halt Pech gehabt, sind die ganzen Stones halt weg. Und seh alles, okay, doch, ich seh alles. Gut, so, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, hallo rein, und ciao, ciao. Ciao.